Die Skikarren und die Konten Nr. 1 ist die Gröni-Protkampion am Kantiste D.L. Schwarz-Moserauer. Er kommt ins Total-128 von Ola Füste zu einer Frau in der Hälbüffel. Für Weltkipantina. Es ist nicht immer eine gewisse Zeit, die ich nicht mehr habe. Oh, du musst anhalten, wenn sie in der Ziellinie kommen. Wo ist die Ziellinie? Hier unten. Hier unten. Okay, da. Wenn sie zu lange haben, kommen sie auch noch Strafpünkte. Nein. Doch eine gewisse Zeit muss man dann so ab. Genau. Ja. 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 Das war's für heute.